... Das war's für heute. Halt! 2. 3. 6. 5. 7. 8. 9. 11. 12. ... ... ... ... Die Stadt ist ein bisschen gegründet, aber es ist ein bisschen gegründet, aber es ist ein bisschen gegründet. 1. 3. 4. 5. 6. 6. 10. 11. 12. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der 2. Platz. Wie kriegen wir das dem Heiko Ritter mitbekommen? Der Heiko Ritter ist dieses Jahr voll ab, normal ist er immer dabei. Hörer, was soll man dem sagen? Team, wer weiß es schon. Team Germany, Platz 2, komm. Ich möchte den Pokal mal ein bisschen so gewinnen, dass man nichts da reingehen kann. Ich denke, das muss das ja mal gehen. Das ist ja auch schwierig. Ich freue mich, dass Koblenz endlich es geschafft hat und dass es auch mal einen anderen Sieger in der Kisten gibt. Das ist auch mal wichtig. So, jetzt muss ich noch zwei Sätze loswerden, bevor wir sich hier vorne hinholen. Und zwar, einen Kollegen, den hat er dieses Jahr nicht mit dabei, der war ziemlich früh und immer bei den Turnieren dabei, das ist der Werner Wolf, der hatte einen Trauerfall in der Familie, deswegen konnte er nicht kommen. Böse Zungen haben vorhin schon behauptet, dass der nicht da ist. Das war der Grund, dass wir gewonnen haben. Aber ich denke mal, der Werner wird sich riesig freuen. Er hat mir die Woche noch gesagt, Mensch, dass Werner was in Koblenz mal den ersten Platz machen würde. Und ich glaube, wir hatten schon den SMS hin geschickt, damit er Bescheid weiß. Ich bitte den Mannschaftsführer des Turniersiegers IT Deutschland 2011 mit seiner ganzen Mannschaft hier auf die Bühne. Ich bitte den Mannschaft hier auf die Bühne. Ich bitte den Mannschaft hier auf die Bühne. Jake M according ist – Ja, wir sind jetzt ein Mannschaft hier auf die Bühne. Ein Mannschaft hier auf die Bühne. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. No time for Luba, wir sind die Champions. Wir sind die Champions, wir sind die Champions.